Der Kölner Dom steht auf historischem Boden. Schon vor 2000 Jahren war dieses Areal bebaut. Damals war Köln Hauptstadt der römischen Provinz Niedergermanien und seit dem ersten Jahrhundert der bedeutendste Ort am Niederrhein. Wir befinden uns in der Nordostecke der Stadt. In diesen Stadtvierteln gab es damals große luxuriöse Stadtvillen. Die Straßen waren von Säulengängen begleitet. Bis in das 5. Jahrhundert, also bis zum Ende der Spätantike, bleibt das römische Stadtbild noch erkennbar. Die frühmittelalterliche Stadt gewinnt an Profil. Seit der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts kann die Bischofskirche archäologisch eindeutig nachgewiesen werden. Östlich des Kirchenbaus aus der Merowingerzeit ist jetzt die Taufkirche, das Baptisterium in der ältesten gesicherten Bauphase zu sehen. Im Inneren der Kirche ist der Unterbau für eine schlüssellochförmige Kanzelanlage gefunden worden. Solche sogenannten Ambo-Anlagen gab es gegen Ende des 6. Jahrhunderts. Das Baptisterium besaß ein großes, prachtvoll ausgestattetes achtseitiges Becken mit Säulen auf dem Rand. Die Piscina ist heute noch östlich des Domes erhalten. Der alte Dom, 873 geweiht, war über 100 Meter lang und erstreckte sich mit seinem großzügigen Westatrium bis an die alte römische Hauptstraße. Im Süden blieb Platz für die Anlagen des bischöflichen Palastes. Kirche und Gesamtanlage zählten zu den größten Bauten dieser Art in Europa. Östlich des alten Domes bestand mit Sankt Maria ad gradus eine weitere Kirche. Der Dom selbst ist seit dem Frühmittelalter dem heiligen Petrus geweiht. Vom unmittelbaren Vorgängerbau der heutigen Kathedrale sind fast alle Grundmauern erhalten. Auch Reste der kostbaren Fußböden wurden gefunden. Um 1025 zeigt ein Kodex aus der Kölner Dombibliothek, wie der Stifter der Priester Helinus das Buch dem heiligen Petrus als Patron des Kölner Domes überreicht. Der dargestellte Bodenbelag zeigt, wie der Fußboden im alten Dom ausgesehen hat. Im oberen Bildfeld ist der alte Dom zu sehen. Das Bild ermöglicht seine detaillierte Rekonstruktion. Der alte Dom besaß im Osten und Westen eine Absis, Querhäuser und im Westen Türme. In dieser Form bestand der alte Dom bis 1248. Der Grundstein zum gotischen Dom ist wahrscheinlich im Bereich der Chorfundamente zu suchen. Die alte Stadtmauer war durch eine gewaltige Erweiterung des Mauerrings funktionslos geworden. Chor und Innenausstattung entstehen in verhältnismäßig kurzer Zeit. Schon 1322 kann der neue gotische Teil geweiht werden. Bis in die Mitte des 15. Jahrhunderts waren vor allem die südlichen Seitenschiffe fertiggestellt und die unteren Bereiche des Südturmes, sodass sie Glocken aufnehmen konnten. Die Kirchenschiffe konnten bis ins frühe 16. Jahrhundert fertiggestellt werden. Statt des geplanten Hauptportals war es aber nur möglich, den Eingang weiter im Kircheninnern anzulegen, da der Nordturm noch fehlte. Zwischen 1842 und 1880 stellte man den Kölner Dom nach den alten Plänen fertig. Bis zu den Zerstörungen durch die Fliegerbomben des Zweiten Weltkriegs behielt er dieses Erscheinungsbild. Die Übersicht zur Baugeschichte zeigt, dass die Kirchen immer am gleichen Platz errichtet und immer größer wurden. Bis zum rund 144 Meter langen gotischen Dom. Eine der größten Kirchen der Christenheit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017